Ich filme heute für morgen von gestern. Ich bin ja gerade bei YouTube und gebt euch das. Da ist zum Beispiel Weihnachtenschlager. Wat bist heimlich wird stü? Reinhard-Fenrich-Kanal. Wenn ich das jetzt auch klick, ist das gebrandet als der Reinhard-Fenrich-Kanal. Wenn ich aber jetzt auf den Kanal gehe, gibt es dieses Video nicht. YouTube postet Werbevideos in die Kanäle. Das hatte ich gerade mit ERV. Ich habe dieses Video. Weihnachten nicht leiden. ERV, klickst drauf. Kein aktuelles Video der ERV. Leute, was machen Sie mit YouTube? Also, ich meine, die neue Optik, okay. Aber, hallo? Katastrophe, oder? Wir müssen uns das überlegen. Ich weiß nicht, ob man da bleiben kann auf Dauer. Schauen wir mal. Es ist Feuer im Vulkan. Leider ist der Vulkan so weit weg, dass es bei uns schon richtig kalt wird. Ja, mein Sohn hat gemeint, die Sonne hat richtig Power. Und ich habe gesagt, die hat nicht Power, die ist so flach, dass sonst in die Augen leicht. Aber das ist scheiße. Ich habe schon erfolgreich Eis gekratzt und davor fünf Minuten lang den Eiskratzer gesucht. Weil ich nicht ordentlich geschaut habe, so wie das ist. Zu unserem Thema von gestern. Diese Geschichte mit, wenn man sich was denkt, wo man sich dann denkt, das kannst du dir doch nicht denken. Heute denke ich mir, ein bisschen auffällig sind manche Leute schon, oder? Herausstechend auffällig. Ja, kommt vor. Macht nichts. Ist gut so. Es ist gerade viel los. Meine Frau hat frei. Ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Das große Ziel ist, dass meine Frau Arbeitsstunden reduziert, dass sie es einfach nicht ausholt körperlich. Also die ist jetzt in den letzten Monaten zunehmend belastet. Das heißt in Monaten, in Jahren zunehmend belastet. Ich sage schon immer, an ihrer Stelle würde ich nicht arbeiten, wenn ich so Themen habe, die mich so belasten. Meine Frau, wie, die stemmen da den Steher von meinem Onkel weg. Bäh, das war's. Weg ist der Steher. Also ich würde da massiv einschränken. Ich persönlich habe gerade massive Lungenreduktionsgeschichten. Also jetzt ist es schon so, dass ich nachts oft aufwache. Und beim Luftholen anstehe. Wie soll ich das sagen? Ich habe das Bedürfnis, Luft zu holen. Und da steht es an. Als wäre irgendwas im Weg da drinnen. Das ist relativ neu. Es ist jetzt noch nicht problematisch. Ist mit einer verstopften Nase auffälliger. Weil ich da öfter versuche, Luft zu holen. Wenn die Nase nicht verstopft ist, ist es nicht so schlimm. Das sind beunruhigende Dinge. Man geht davon aus, dass das psychische Ursachen hat. Wir haben ja vor ein paar Jahren mal drüber geredet. Das wird nicht wirklich besser. Und ich persönlich arbeite gerade intensiv an einer Depressionsabwehr. Was so, naja, mit Bauchweh gerade irgendwie so geht. Aber ich bin schon wieder sehr weit weg vom Unterhaltungsformat. Haha, schaut, die Sonne scheint. Und da fährt ein Damper. Ein Baufahrzeug. Ist das nicht toll? Und ich gehe jetzt wieder Lego sortieren. Wobei, ehrlich gesagt, hätte ich das intensive Bedürfnis, Koppelzaunen umzusetzen. Vielleicht rufe ich zuerst noch in der Stadt an. Das wäre aber sehr spontan jetzt. Ich habe übrigens gestern noch einen anderen Computer bekommen. Der ist ziemlich himmig. Also nicht ich habe ihn bekommen, zum Reparino nicht bekommen. Und das ist so ein Gerät, da gibt es Hersteller, die machen ganz gescheite Sachen. Das sage ich heute. Da war ja die Sache, dass die Festplatten so langsam sind. Ihr wisst Bescheid. Festplatten sind langsam. Uah, was ist da? Und weil die Festplatten so langsam sind, hat man dann Hybridlaufwerke gemacht, wie diese SSD-Geschichten aufgekommen sind. Das heißt, da hast du eine Festplatte. In der Festplatte ist eine kleine SSD eingebaut. Und die SSD cached. Das ist jetzt am ersten Blick eine gute Idee, sage ich mal. Am ersten Blick heißt das, dass die Daten, die jetzt im Flaschenhals fest, mechanische Festplatte stecken, schneller durchkommen, weil sie auf der SSD gebuffert werden. Das ist die Laienansicht. Die Expertenansicht, ich meine, ist folgende, dass die SSD ja eine sehr kurze Lebensdauer hat. Also die SSD hält ja nicht einmal ein Zehntel der Zeit einer Festplatte. Diese Zahl ist jetzt nicht irgendwie technisch fundiert. Das ist eine rein subjektive Gefühlsaussage, die ich gesammelt, die ich mir angeeignet habe, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen mit meinen eigenen Computern. Also nicht Kundenrein, meiner eigenen. Wenn ich von fünf Rechnern, die ich auf SSD umrüste, schon nach nur wenigen Monaten, Monaten, ja, es waren nicht einmal Jahre, das ist die Sache mit der Sonne, Ausfälle habe, dann kann ich sagen, die SSD hält nicht lang. Und wenn die SSD hin ist, dann ist sie hin. Also wenn die SSD hin ist, dann ist es vorbei. Dann macht es gar nichts. So, jetzt haben die Hersteller diese Hybridgeschichten gemacht. Und der Effekt war der, dass die Rechner schnell sind. Die Rechner sind jetzt drei Jahre alt. Die 30 GB Hybrid-SSD ist am Ende. Und die Situation ist folgende. Windows tut was, schreibt das in die SSD. Oh, darf man dich filmen? Nein. Meine Frau ist sportlich, aber ich darf sie nicht filmen. Aber ich darf filmen, was sie tut. Sie darf ich nicht filmen. Schwarz. Ist das geil? Meine Frau erzeugt Strom. Du hast den Dynamo vergessen. Bist du jetzt noch an der Ansicht, dass ich das Licht abdrünsel? Wieder? Bist du noch an der Ansicht, dass ich das Licht abdrünsel? Muss man da über die Frau drüber stecken. Jetzt ist diese SSD hin. Windows schreibt auf die SSD und passt auf, ein Red-Controller das ist der, der spiegelt. Der cacht das in der SSD. Prost! Die SSD macht aber die Daten kaputt, weil sie ja schon defekte Zellen hat. Was den Effekt hat, dass dann die defekten Daten auf die Festplatte auf die Festplatte geschrieben werden. Und das ist jetzt nicht so ein Hybrid-Ding, sondern das ist ein Red-Controller in einem Notebook, in dem der Hersteller heute ein Red-System aufgesetzt hat, damit er schauen kann, das Notebook ist schneller. Und im Test hat das Notebook natürlich super abgeschnitten damals. Und jetzt haben wir den Effekt folgenden. Wenn du einen Red-Verbund auflöst, sind die Daten weg. Und wenn ich sage, die Daten sind weg, dann meine ich, die Daten sind weg. Das heißt, sowohl auf der Festplatte als auch auf dieser defekten SSD ist jetzt nichts mehr. Tja, was machen wir jetzt? Jetzt ist die Situation so, dass ich ja intelligenterweise als erstes einen Klon erstellt habe. und der Klon ist jetzt voller dieser manipulierten Daten. Und die Originalplatte ist anders manipuliert mit den Daten. Glaubt ihr, dass man da was retten kann? Ich glaube es nicht. Ich arbeite noch dran, aber ich habe da jetzt wenig Hoffnung. Jedenfalls habe ich schon ziemlich lange gesprochen. Das mit YouTube müssen wir uns überlegen, wie wir da weiter tun. Weil, dass die jetzt was einblenden. Ich werde jetzt einmal den EVV-Kollegen schreiben, dass sie, nein, das mache ich erst am Abend, als das Video abend ist, dass die da so Sachen machen, ob das in ihrem Interesse ist. Ich weiß nicht, ob der Spitzer noch irgendwie mit der EVV jetzt involiert ist. Der Frau wird das ja nicht. Aber schauen wir mal. Ja, so machen wir das. Und hier seht's mal die Klonzahlen, schätze ich mal. Außer es passiert irgendwas Bedrohliches. Dann seht's ja was anderes. Zahlen und Fakten vom 20. 10. 22. 9.849 Laborbestätigte für 11.257 Genesene 867-Dage-Inzidenz. Die Tapperten haben's geliebt, kann man noch sagen, zu Österreich, oder? Das dritte Wort Mankotras-Di-Bä-I-M-Bä-Kurz. Aha. Alles. Na, ist doch alles klar. Ich hab heute circa 9 Meter Koppelzahn gemacht. Und dafür habe ich so circa fünf Stunden gebraucht. Meine Laune ist dermaßen am Nullpunkt. Da kann nicht einmal mehr Käsebrot helfen. Es ist wirklich eine Katastrophe. Die haben bei diesen Grundstücksgrenzen der Greda eingebaut. Nicht wir natürlich, sondern andere. Man muss ja schauen, dass der Zaun ungefähr dort ist, wo die Grenze ist, weil sonst ist ja gar nicht mehr deins. Puh, da ist noch alles verkaufen und verschwinden, oder? Ja, hol mal den Hunzi dazu. Und der Hunzi. Na, kommst du dazu doch nicht? Der ist immer so ungeregt und langsam. Ja, aufregendes Leben, oder? Das mit diesen Rät-Geschichten schaut ganz schlecht aus. Wir werden das weiter verfolgen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Dingsdi-Bumsti. Wir sehen uns morgen, hoffentlich hochmotiviert, denn morgen Abend bin ich in der Theaterreihe. Das wird fein, da freue ich mich schon und jetzt werde ich mit meiner Familie knuddeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.